So, meine weitere Runde, ich hab schon wieder den Namen der Map vergessen. Schneegebirge. Schneegebirge. Hubboards Mountain. Hubboards Mountain? Okay. Ich find die Maps so cool. Ich mut mich nicht. Naja. Nein! Die Hornets hat mich gechillt. Premium-Spieler, Level 100. Ja, ja. Cheater. Woah, woah, woah. Woah. Aaaaah. Scheiß Hornet. Ja, der ist krank. Ich spawn bei Alex gleich. Na ne, der Heli hat mich irgendwie sehr gern. Ist nicht so glücklich. Egal. Verdammt. Boah. Heli getroffen, einmal. Ja, und dann holt mich der scheiß Hornet schon wieder. What the fuck, man. Wo ist denn der Heli? Der kommt wieder der Jet von oben. Passt auf. Der wieder der Jet auf den Heli. Doch, da ist der Jet. Der wieder der Jet auf den Heli. Doch, da ist der Jet. Ich hab ihn getroffen, aber er war dauernd. Schau, ob der Heli jetzt wieder kommt. Ansonsten. Na, lass uns mal ein bisschen weiter bewegen. Wir müssen mehr auf... Äh, auch immer. Jemand einsteigen? Jo, ich bin nur beschützt. So. Willkommen gleich Gegner. Links von uns, ich seh's. Das ist ein Panzer, Achtung, Panzer. Ich steig aus. Also. Ich hab leider grad nichts gegen den Panzer. Ah, der Panzer. Ich... Ich konnte nur da liegen und hab ein Racket abgefressen, dann... nicht raus. Ich lieg hier noch mittendrin. Schau, ich bin ja gar nicht gespawnt. Schau, ich bin ja gar nicht gespawnt. Aua, 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 Aua. Aua. Sniper. Ja, ach, Henrik wird gespawnt. Scheiße. Ich hab gesagt, ich lieg hier immer noch mittendrin. Wenn er dann hier spawnt, ist das halt scheiße. Ich hab schon wieder keine Lust auf das Spiel wegen dem Scheiß. Er hat nur von irgendwelchen Flugsachen getötet. Dann kann ich die selber nicht abschießen. Du hörst du, wir haben doch den einen Heli runtergeholt. Tch. Ja, jetzt bin ich in einem Flug, in einem Helium wird instant abgeschossen, wo ich mit dem mit fliege. Von einem Punt. Ich hab da eine Lust mehr, ey. Geh gleich Fargway spielen. Fackspiel, ey. Ich sterb nur wieder instant. Das ist manchmal so scheiße in einem Spiel. Das ist einfach stimmt. Und du bist tot. Kannst nichts machen dagegen. Du bist einfach tot. Das ist das, was mich so ankotzt manchmal. Na gut, kann ich verstehen. Oh Gott, ich hoffe, der Typ kann fliegen. Ich weiß nicht, was er hier tut. Okay, 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 okay. Zu spät. Ich hab auch schon wieder dieser Rang 100. Ich bin seinem verkackten Jet. Trolololol, ey. Ich brauche Minen. Hier ist ein Panzer auf D. Ich schnappe den mal. Ach, das ist einer von mir. Ich hab nen Platz oben drin frei. Ich könnte auch Repairn, wenn jetzt jemand mal zum Fahren übernehmen will. Ne, ich kann nicht Repairn. Ich hab die Minen angepasst. Also, ich hab mich nur noch nur noch diesen Rang 1. Oh und dann geht's da. Irgendwas ist hier oben über mir oder was? Ja, ich weiß. Dann hab ich versucht, gerade zu erwischen, aber ich sehe doch da. Genau bei dir, Daniel. Da hast du sie beide? Ja, da noch. Zwei. Okay. Wo ist denn das? Will jemand noch einen Panzer einsteigen? Sonst fahre ich los. Sprechen. Wir haben einen Scharfschütz in der Notarbeitergruppe. Ich räume hier gerade auf den Bergen auf. Irgendwie krabbelt was rum und ich töte sie. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier mitten über dem Berg zu heizen, aber ist okay. Ich bin lieber auf dem Berg, da oben drauf. Ich muss immer weiße Kleidung besorgen hier irgendwie, über die Map. Ja, da haben wir nämlich weiße. Ich weiß nicht, wie ich das schau. Oh, ich komme nicht vor. Ich will zielen. Warum? Oh, da kommen mehrere Fahrzeuge. Ich kann nicht repaaren. Ich bin drauf. Dann muss ich jetzt gleich gleich aussteigen. Ja, ich steig aus, ich steig aus. Oh, tot. Der Heli hat mich geholt. Es sind sogar zwei Helis, die da drum kreisen. Ich bin gerade am Abschießen, aber immer bevor ich die treffe, weißt du, ich kriege immer die Flares ab und jemand anders schießt sie dann ab, nachdem ich die Flares getriggert habe. Dann musst du halt kurz warten. Du siehst ja, wenn die die Flares gezogen haben, dann drückst du halt erst ab. Ich warte mal kurz, aber wenn ich zu lange warte, verliere ich den Fokus manchmal wieder. Naja, aber meistens sind die so nervös, dass die den vorher ziehen. Ich warte schon mal so ein paar Sekunden. Ja, guck, jetzt hat er sofort gezogen und jetzt schieß ich erst. Nee, nee, ich hab, ich hab drei, vier Sekunden gewartet. Die müsste sitzen, bam. Jetzt hab ich den so einen Jet fast kaputt geschossen. Ich hab Fahrzeug zur Stadt bekommen, für das, was ich erwischt hatte, irgendwas zu nehmen. Ja, der hat die Flares zur Forst gewartet und er ist abgedriftet. Ich sehe euch da unten, Hendrik. Ich wiege Hendrik auf dem Berg. Nee, ich bin bei dir gespawnt. Sir, das sagst du. Sagst du, ich hab ein bisschen Kuchen gemacht. Kennt ihr die Lagung noch? Hätt ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Das Yes haben sie übergezielt, aber wo wir grad bei alter Werbung sind. Yes, Torties. Ja, diese kleinen Tütlein da. Oh, die hab ich geliebt. Die hatten letztens nur Karamell, ich mag aber nur Kakao. Und da war Kakao, Leute, alle. Amok, runter da. Daniel ist weggestorben. Du weißt, Killers ist 98. Das heißt, der muss da... 2% hat K.E. gehabt. Ja, kenn ich zu genühen. Ich hab schon über 100 gehabt. Was? Ich hab schon über 100 gehabt. Wenn die Leute sich heilen, kriegst du noch nicht mehr über 100 Killers ist. Ja, aber ich hab so reingeparzen den Sniper. Ja, wo du hergekommen bist mit Daniel, da sind ganz viele hier. Ich hab den mal kürter. Scheiß, Sonne blendet mich grad total. Hast du ne Wicht? Ja, nice. Alter, die Sonne ist ja Hammer nervig auf der Map, n. Hat werden... Ja. Alter, ich markiere, ich sehe sie so nur, wie sie mir entgegenrennen und du bist genau dahinter. Ich dachte, dass du bist das, weil deine Schrift so genau da drüber war. Und dann schiebt alle, komm im Auto. Okay, das ist schon gut. Ich hab im Auto. Will der mit? Ich steig ein. Wo bist du? Hier. Ich kann losgehen von mir aus. Außer Daniel will noch mit. Bis spät. Da kommt ein Panzer uns entgegen, Mann. Und ein Helikopter neben uns. Oh Gott, oh Gott. Ich steig gleich aus. Sobald wir stehen bleiben, steig ich sofort auf. Naja. Da sind gegenwärtscher Jeep gewesen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da kommt ein anderes Anti-Air. Oh Gott. Ja, verdammt. Da kommen so viele. Ja. Was hat Bonnen da bei denen, ey? Es gibt's doch nicht zwei Panzer. Weit auch nicht über Anti-Panzer. An dem ihr, äh, während der Panzer nicht gekommen, hätten wir die, wären wir auf dem Spot gewesen, weißt? Ich hab mal ein Javelin mit, mal gucken, was da so geht. Und ich spawne über Daniel. Ja, okay, jetzt spawn ich nicht über Daniel. Ich überfahre. Na, wo ist der denn? Oh, bei D. Vielleicht glaubt, da kommt nämlich gleich was. Ich spawn da rechts. Oh, da ist ein Jet. Versuche eh zu holen, dann haben wir nämlich der scheiß Gunship. Oh, L37, ey. Auf dem Fahrzeugmess krieg ich nie positives Stands hin. Und die alle so weit weg, die ganzen Flugflutzer. Oh man, da darf voten. Was, was wollt ihr spielen? Albus Mountain, Dead Valley, ich nehm Dead Valley. Dead Valley war cool, ja. Das ist, was Alex rechts glaubt. Unten Fahrzeugkonto. Oh Gott, hier ist gleich richtig Action. Okay, da ist nichts mehr. Ah, scheiße. Wie lau' ich zu offensiv rum auf dem Fahrzeugmess, ey. Ich spawn bei euch. Denkt ja auch noch hier den Dust Raider. Nein, dass ich das bin. Könnte sein, ja. Hört man mich noch, wenn ich rede? Ja, ich hör dich gerade. Warte. Ja, ich hab gerade auf jeden Fall kein Dust Raider Geräusche mehr. Ja, da hat sie jetzt mal wieder was zu tun. Bei uns P's, was können wir uns auch weit mehr holen? Ich versuch gerade D zu holen. Ja, genau, deswegen aufhört zu D. Ja, wo ist er denn? Alex, links. Hinter den Hügel. Nein, ach, das Gunship. Ich dachte schon, was beschießt mich. Nee, war noch der, glaube ich. Dann auf C jetzt. Ich spawn gleich bei euch. Was braucht ihr? Äh. Nur was, um die Posi zu halten. Wir haben zweimal, ähm, der Mechanik hier. Zweimal Rangy. Na, ich war ein Männchen, kann ich vielleicht retten. Uh, nicht beschossen. Kommt, die was über die Eisfläche kommt und von hinten. Hinter uns. Und der scheiß Jet. Ich hab den Heavy abgeschossen. Mir hat schon wieder der Jet von oben genommen. Absolut, hinter uns. Da läuft er. Der ist da, läuft er um die Berge rum. Ich kann nur eine Granate hinschmeißen. Ich komm wieder ab, hier geht drauf. Boah, jetzt hat mich die, der Panzer da. Ne, die Artillerie, ey. Über 10 Kilometer, ey. Boah, hat sie eben bei Heckma. Ähm, ja, die hat mich auch gerade trollt. Fuck, ey. Oh, wir verlieren jetzt wieder alles, ey. Okay, ich bin bei C. BZ, ja, das ist der Tod wahrscheinlich, aber. Ich versuch mal wieder ein bisschen was vom Himmel zu holen, ne? Weil es ist mal tierisch auf die Eier herge. Ich versuch, aber ich hab die nur angeschossen. Ich weiß nicht von hoch. Wir sind zwei Panzer, ey. Ich muss doch verarschen, ey. Weiß, wenn ich... Ich bin der Sniper, der Gebärden wiegt, ey. Wir müssen die holen, die ganze Sniper, die sich wieder drauf, ey. A, B, C, D, D haben wir wieder. Ich hätte so hart beschossen, das geht gerade gar nicht, klar. Ich camp ihn hoch, zieh, irgendwas ist hier um mich herum. Ja, ich geh mal kurz Sniper suchen in den Bergen. Ach, hier ist ein Panzer. Na klar, die A-Prans. Ich sprompe einen weg. Ist ein Panzer direkt vor dir, pass auf. Das war auch cool. Links. Aua, 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 fuck, 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 fuck. Mit der Heli ist schon wieder, ich hab keine Lust mehr, ey. Das ist so behindert, du spawnst, du wirst von einem Heli getötet. Irgendjemand spampt mich zu im Steam, oder so? Boah, ich bin in den Gunship drin. Uh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab'n... Oh, ich könnte auch in den Gunship spawnen, wie geil ist das denn? Das hab ich auch nie gemacht. Äh... Nein, ich schau'n vorbei! Das ist doch beschiss, ich komm ins Gunship rein und es wird abgeschossen. Ich mach eine Sekunde drin! Zehn Jahre, weißt du? Die Gegner fliegen damit zehn Jahre rum, ich komm einmal rein und es wird doch beschiss. Ja, mein schlechtes Team. So, ich mach mich auf zu... B-B-B-B-B-B-B, was ist das? B. Ja, ich glaub das ist B. Achtung! Wir haben das Einsatzstil verloren! Lol, ich bin grad im Jet gestartet und hab den Heli umgerast. Mit Absicht. Gott, ich bin so schlecht im Jet, ey. Ich bin auch... ey, ich hab keine Ahnung über den Steuert. Du musst mit W-A-S-D und den F-I-L-Tasten bloß nicht den Ausnehmen, ey. Wow. Lol, der Sniper war da auch noch oben. W-A-S-D und F-I-L-Tasten, okay. Ja, mit dem Aus... ja, ich hab keine... keine Kurve fliegen können, was gerade... Naja, mit den F-I-L-Tasten und W-A-S-D, dann geht das super. Ich hab' den H-V-A-S-D und dem Spawn nicht gleich. Okay, wieder nur als Schütze, ey, ich will fliegen! Kann ich da fliegen, nice! Kann ich da fliegen, nice! Bei mir solltet ihr nichts bauen. Ich hab' den F-I-L-Tasten mit oben. Oh, meine... Awww, meine... Ich hab' den F-I-L-Titen, ich hab' den F-I-L-T-H-E-L-T-H-E-N-A-N-D-H. Bauch, mein... ... ich hab' den F-I-L-Titen, der Räumt und unsere Präumt schütze! Oh, meine... Nein, brez mich. Hier ist ein Panzer auf dem Eis. Leck mich, der sucht mich schon. Verpisst mich. Jetzt weiß er, wo ich bin. Ich verpisst mich hier von dir. Ich hoffe zwar, hier ist noch irgendein zweiter Panzer, der hier auf die Straße langfährt. Spinn doch, ey. Ich bin hier undercover. Und er spawnt hier einfach. Ich geh jetzt mit dem anderen hier auf A. Ich müsste jetzt nämlich schnell was einnehmen, sonst haben wir verloren. Ganz viele einnehmen am besten. Nur halt dafür hab ich die Punkte nicht bekommen. Ich hab einen hammergroßen Helikopter abgeschossen und dafür die Punkte nicht bekommen. Unlogischer Shit, ey. Da kommt der Panzer. Nein, scheiße. Wir haben es eingenommen, ja. Das war vielleicht zu tief. Ansonsten ganz netter Flug. Ah. Ah, ich bin tot. Oder aus dem Panzer direkt vor euch. Ja, ach nee. Mach den halt mal kaputt. Ja, ich hab 3 positionen AP. Zu spät. Ich hab den Punkt eingenommen. Sei vorsichtig überhaupt einmal. Ich hab ihn unfähig gemacht. Er wird aber gepaert von hinten. Er fährt vor. Kann ich bei dir spawnen, Henrik? Ja, das ist jetzt einfach mal. Ja, ich wollte grad noch... Ah, ich mag die Map. Die Map ist lustig. Es ist halt sehr offen. Und auch hügelig. Nein, ich schlag mir die 7-15 an. 5-14, ey. Ja, irgendwas muss ich halt mal dran arbeiten, dass ich positive Stats kriege. Ich sollte mir Helikopter kriegen. Ja, die Armut-Kill ist so schwer, positive Stats kriegen. Ja, wenn man nicht so ein Helikopter oder Flugzeug- Fetischist ist dann schon ein... Na, es macht Spaß. Mal gucken, was gleich von der Map kommt.